Die digitale Kommunikation zwingt uns, analog besser zu werden. In 33 Kurz-Essays erfährt man mehr über Trends, gesellschaftsrelevante Betrachtungen zum Thema Kommunikation und man hat ganz viele rhetorische Tipps. Am Ende jedes Kapitel wartet ein Coaching-Tipp, den man sofort ausprobieren kann. In der Schule des Sprechens haben wir uns in den letzten 25 Jahren darum bemüht, Menschen sprechen beizubringen und natürlich auch jetzt zu schauen, dass sie fit werden für die Kommunikation 2030.